So, jetzt machen wir mal weiter. Und zwar mit Nummer 20. Oh yeah. Oh yeah. Das finde ich wohl auch super. Oreo Wafer Rolls Creamy Munchie. So ähnliche hatte ich schon mal, aber die hier jetzt mit dieser Milchcreme drin finde ich auf jeden Fall richtig gut. Jetzt mal ein kleiner Tipp von mir. Diese Dinger hier wegsnacken mit einem Glas Milch oder ein Cappuccino oder ein Espresso oder ein Kaffee. Mega. Richtig geil. Die müssten eigentlich auch aus Amerika kommen, oder? Was meint ihr? Okay, ich lag ja voll falsch. Aus den Philippinen kommen die. Hätte ich ja nicht gedacht. Aber naja, egal. So, weiter geht's mit dem IKEA Adventskalender. Die Nummer 20. Wo bist du? Da bist du. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Schokoladenpott gefüllt mit Vanillepudding. Aber so viel Glück werde ich wohl nicht haben. Das wird was anderes sein. Und zwar ist das ein Mandel-Vanilletöpfchen. Ich finde es übrigens echt krass, wie gut diese Kamera hier scharf schaltet. Na ja, okay. Ganz so gut kriegt sie es jetzt doch nicht hin. Aber eben gerade dachte ich mir, ach Mensch, das macht sie ja doch ganz gut. Na ja, egal. Lassen wir das. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Resttag. Macht's gut, Leute. Lasst euch nicht ärgern. Das Leben ist schon ernst genug. In vier Tagen ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt ein Problem. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.